Swiss Transplant Symposium ist ein Ort, wo sich alle treffen, die gemeinsam mit Swiss Transplant den Weg zum Systemwechsel zur Widerspruchslösung werden gehen. Ich finde es mega cool, dass so viele verschiedene Leute hier sein und natürlich auch die Sessionen. Das ist mega interessant. Zum Symposium gibt es natürlich sehr viel zu tun. Es gibt die ganze Vorbereitung, wie aber auch heute am Eventtag selber. Also es war keine ruhige Minute bis jetzt. Wirklich immer da, da, hier muss man etwas schauen, hier etwas prüfen. Ja, es wird nicht langweilig, aber es ist cool. Ich glaube, es war ein ganz wichtiger Anlass, wo wir mal Botschafter mit den Betroffenen, man hat Fachpersonen, Spenderfamilien hier zusammengebracht in den gleichen Raum. Man konnte über ein Thema informieren, man konnte Probleme aufzeigen. Es sind auch Lösungen skizziert worden heute. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht nur Probleme aufzuzeigen. Und in diesem Sinne ist es so etwas, wo man sich sicher überlegen muss, ob man so einen Anlass vielleicht in zwei, drei Jahren wieder wiederholen möchte. Weil grundsätzlich sind wir heute alle zusammen einen grossen Schritt weiter. Also herzlichen Dank an alle, die hier dazu gebeten haben.